Grenata Lusin, 34, und Christian Polans, 44, sind die Gewinner der diesjährigen Let's Dance Profi-Challenge. Im vergangenen Jahr konnten die Profitänzerin und ihr Mann Valentin Lusin, 35, den Wettbewerb für sich entscheiden. In der 15. Staffel von Let's Dance durfte somit einer der beiden sich seinen Promi aussuchen. Damals überraschte Valentin die Zuschauer mit einer rührenden Geste. Er überließ seiner Frau den Vortritt. Jetzt, meinte Renata, das gleiche möchte sie für ihren Ehemann tun. Wenn das Los auf mich fällt, dann werde ich mein Los Valentin geben. Der hat das auch verdient, meinte Renata im Interview mit RTL. In der 16. Staffel von Let's Dance wird ausgelost, ob Renata oder Christian sich ihren Star aussuchen dürfen, dem sie das Tanzen beibringen. Dieses Jahr suchte sich die 34-jährige Matthias Mester, 35, aus, mit dem sie den dritten Platz erreichte. Auch Renatas Tanzpartner in der Profi-Challenge, Christian Polans, gewann im Jahr 2020 schon mal den Wettbewerb gemeinsam mit Christina Luft, 32. Er suchte sich die Moderatorin Lola Weipert, 26, als Tanzpartnerin aus, mit der er damals den sechsten Platz erreichte. Er suchte sich die Moderatorin Lola Weipert, 26, als Tanzpartnerin aus, mit dem sie den dritten Platz erreichte.